So, Alter, Shalom, Lahut, Lihitschavarot, was geht ab? Was geht ab? Oh, ich hab, jetzt hab ich actually nicht aus dem Kopf, welche Folge das ist. 60. Ist es die 60? Ja! Alter, ja, Tatsache, Tatsache. Richtig geil. 60. Folge, Abfahrt. 6-0. Was war, was war der letzte Stand? Der letzte Stand war, dass wir, äh... Guck mal, warte mal, halt mal kurz der Maul. In den Twitter-Trends steht gerade an 1, 2, 3, 4, 5. Stelle, Chat-GPT. Wir haben die Welt beeinflusst. Ja, das geheim zu halten, das hat nicht so geklappt. Unser Geheim-Trick ist, leider Gottes, tatsächlich, hier ist es. Crazy, man. Ich glaube, es gibt ja so eine Payment-Funktion und sowas. Bei Chat-GPT? Ja. Wo? Ich hab das irgendwo auf Twitter gesehen, dass man da jetzt so Premium-Modell abonnieren kann und so. Kauf ich sofort. Ja, investierst du da rein? Digga, übergeil. Bei die Chat-GPT-Aktie. Scheiße. Achso, warum war denn Aktie? Ja, Mann, das war ein Joke, du voll Spast. Halt deine Fresse, Mike. Darf man das auch sagen? Falls nicht, sorry. Spacken. Ist Spast-Toss, darf man das sagen? Oder ist es ein schlechtes Wort? Naja, du darfst, du darfst sagen, was du willst, Mike, aber es ist natürlich ein schlechtes Wort, weil es, ähm, weil es Behinderte diskriminiert, Mike. Das finde ich nicht okay von dir. Hast du da eine Definition? Hast du da eine Definition? Zu was? Zu Spast? Ja. Soll ich hier raussuchen? Ich google jetzt. Soll ich mal googeln nach der Definition? Spastika. Das heißt, die Abkürzung für das Wort Spastika. Was heißt das? Beschreibt eine Form der Lähmung aufgrund einer Schädigung des Nervensystems, Mike. Findest du das? Aber ist es ein abwertendes Wort? Natürlich. Ist es ein abwertendes Wort oder ist es ein Terminus, den man benutzt? Ein Fachterminus. Ist kein Terminus, den man benutzt. Spacko kannst du sagen. Okay, dann möchte ich meine Aussage revidieren. Du dummer Spacko. Okay. Tut mir leid, falls ich damit ein... Aber man lernt ja auch nie aus. Das muss man sich auch mal offen eingestehen. Ja, du sowieso nicht, Mike. Du lernst sowieso nicht. Man lernt auch nie aus, aber man ist ja immer... So, ich bringe jetzt kurz einen Marketingstand. ...istigierig. Weil immer noch nicht alle Leute, die den Podcast hören, auch den Podcast gucken. Ihr könnt jetzt nur gerade im Podcast sehen, was ich mit meinen Haaren angerichtet habe. Ich habe mir nämlich selber probiert, die Haare zu schneiden, weil... Stark. Ihr wisst es, ich komme ursprünglich natürlich in meinem vorherigen Leben aus dem Schwabenländle und will so viel Geld sparen, wie es geht. Und ich dachte mir so, Bro, jedes Mal Friseur für eigentlich legit nur Seiten machen, lohnt sich irgendwie nicht. Und dann habe ich mir ein Rasierapparat, Aparillo, bestellt. Habe mir so diverse Videos angeguckt über selber Haarstellen. Übel geil. Ich werde es auch weiterhin lernen. Und die haben aber auch in den Videos gesagt, dass der erste Versuch immer nach hinten losgeht. Und bei mir ist das tatsächlich so gekommen. Ich zeige euch kurz meine Seiten. Das sieht jetzt aus wie Charpo102. Das ist einfach ein Hardcut hier. Und hinten ist das Geilste. Passt auf. Es ist einfach das Geilste. Mann. Aber machst du das legit nur, also unironisch, weil du dir Geld für einen Friseur sparen willst? Nein, 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 nein. Ich bin richtig viel zum Friseur gegangen in Köln. Auch das erste Mal in meinem Leben, als ich in Köln war, davor hat meine Mama immer geschnitten. Wirklich? Ja, ja. Ich bin das allererste Mal in meinem Leben zum Friseur gegangen, als ich in Köln war. Meine Mama war früher mal Friseurin für ein paar Jahre. Und dann hat sich da umorientiert. Und kurz ins Ufer gewechselt. Genau, klar. Ja, und seitdem gehe ich zum Friseur. Und ich mag es, actually. Ich kenne die Leute da so mittlerweile. Die sind cool drauf. Die wissen da, was man will. Das ist auch nicht so teuer. Deswegen, Geldsparargument ist da eigentlich gar nicht vonnöten. Ich gehe da vielleicht einmal in zwei Monaten hin. Aber ich dachte mir so, auch den Weg, den man sich spart, ich bin halt oft dann nur für den Friseur rausgegangen. Das ist halt einfach irgendwie wasted time in meinen Augen. Weil ich saß da halt und war da halt zehn Minuten. Und der Rückweg und Hinweg war insgesamt so eine halbe Stunde. Das waren dann so 40 Minuten. Dann halt noch dies, das. So Geld holen oder so. Da kann man nur Bar zahlen, warum auch immer. Kannst du mir gar nicht vorstellen. Nee, ich mir auch nicht. Aber findest du nicht, dass Friseur so was Magisches hat auch? Also, keine Ahnung. Ich finde, man geht da so hin. Und ich sage dann so, aber mittlerweile machen die jetzt irgendwie nicht mehr. Das war früher immer so ein Ding. Aber ich finde es richtig geil, wenn man dann so sagt, so einmal mit Haare waschen. Und dann massieren die einem so richtig geil die Kopfhaut, die Läuse. und schamponieren einem die Haare ein und föhnen die dann. Er fragt dann auch, möchtest du noch Geld drin haben? Ich sage, nein, danke, Sir, reich mir. So, ich finde es auch irgendwie geil, so betüdelt zu werden. Das ist für mich awesome. Ich check, was du meinst. Das hast du ja schon mal gesagt in einer der ersten Folgen, dass du es magst, betüdelt zu werden. Da haben wir drüber geredet. Das riecht geil. Aber ich muss sagen, es hat was Magisches für mich gehabt. Aber irgendwie, und man fühlt sich auch immer geil, wenn man vom Friseur kommt. Man fühlt sich immer geil, also safe. Man fühlt sich so wie... Ich bin nicht. Dann fick dich. Aber einfach auch, nee, keine Ahnung. Ich dachte so, ich habe übel Bock, mir wieder die Haare zu schneiden, also selber. Und ich mag das einfach, kurze Haare zu haben. Es fühlt sich geil an. Man muss sich um nichts kümmern. Man sieht halt immer gleich scheiße aus. Man muss nicht, man hat nicht die Angst, so zu sagen, ey, guck mal, wenn ich mir heute nicht die Haare mache, sehe ich scheiße aus. Man sieht einfach immer gleich konstant scheiße aus. Und wenn man es richtig kann, dann kann man da auch lowkey ein bisschen mit flexen. Kannst du sagen, ich habe mir selber die Haare geschnitten. In meinem jetzigen Stadium kann ich leider noch nicht mit flexen, aber, bro, ich bin da auf der dunklen Seite von YouTube gelandet, was selber Haare schneiden angeht. Es ist wirklich interessant, wie sich Leute da selber Taperfates geben und so. Aber ich finde, wenn man vom Friseur kommt, bro, also ich fühle mich immer so, ich habe bei mir so diese Faustformel, eine Woche, nachdem ich vom Friseur komme, sieht es immer scheiße aus. Ich sehe aus wirklich wie ein Daumen, entweder ist es zu kurz oder so. Es braucht immer so ein, zwei Wochen, sich wieder hinzuwachsen. Dann ist es am geilsten. Aber ich finde einfach diesen Prozess geil, Digga. Man chillt da und was am Schlimmsten ist, wenn Friseure Smalltalk machen. Ich denke mir einfach, halt die Fresse, schamponieren mir die Haare ein, aber laber mich bitte nicht voll dabei. Ich finde es einfach geil, wenn man, ja, wenn ich so getüdelt werde, Digga. Das war schlimm, das war bei meinem ersten Friseurbesuch, das war, da war ich bei einem deutschen Friseur, bei so einer Kette, so einer, so einer, ich glaube, Cutters hieß die oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Und die haben da gelabert. Die meinte, und wie lange bist du schon in Köln? Und ich denke, hä, was wollt ihr denn jetzt so? Ja, das hasse ich auch, Bruder. Aber das kannst du ja auch nicht sagen. Weißt du, du kannst es ja nicht sagen. Du kannst nicht sagen, bitte so. Du hörst sie dir auch nicht. Wenn die an dir rumrasieren und schnippeln und so, du hörst das ja nicht. Also manchmal, wenn die so an einem, ich denke mir auch so, ich will einfach, ich mache dann auch so manchmal meine Augen zu und dann sprühen sie, manchmal so, psch, 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 und dann mache ich so die Augen zu und sowas. Und manchmal so, dann nicke ich fast weg. Bist du schon mal eingeschlafen? Fast. Fast so, aber also nicht so richtig weggepennt, aber so ein bisschen dösig unterwegs irgendwie. Und dann labern die einen voll und so. Ich bin richtig gebrochen, immer wenn ich so zum Friseur gehe, weil ich eigentlich dachte, das ist so eine normale Prozedur. Aber letztes Mal, als ich beim Friseur war und ich glaube, das davor auch, das Mal, haben die mir nicht die Haare gewaschen. Ich glaube, ich muss es jetzt immer extra sagen. Aber ich finde mich auch wie ein Weirdo dann, wenn ich sage, ja bitte einmal mit waschen. So kommt es dann so rüber, hat der vorher nicht geduscht oder findet der das einfach geil. Also so irgendwie ist, ich will einfach, dass die von... Nein, es gibt tatsächlich, es ist ein krasser Unterschnitt, auch wie das Ergebnis und die Schnitttechnik da ist, zwischen Trockenschnitt und Nassschnitt. Ja, aber Nass machen die auch mit diesem Sprühding. Aber ich finde es einfach geil, wenn die mir vorher die Haare einschamponieren. Und dann sagen die so, ist das so angenehm? Ich sage, nee, bist du zu heiß? Könnt ihr ganz klein, ist es ein bisschen kälter? Dann wickeln die eben so das Handtuch darüber. Das finde ich einfach geil. Ich bin einmal in meinem Leben, bin ich zu einem Friseur gegangen, wo der Haarschnitt 10 Euro teurer war, weil da noch so eine richtige Massage mit drin war. Ich habe gesagt, ey, ich hätte gerne einmal das vollumfängliche Wohlfühlprogramm. Und dann hat die das massiert mit Ölen und so. Das war einfach geil. Aber bin nie wieder hingegangen, weil das war mir zu teuer dann. Ja, genau, weil das kostet nämlich extra. Haare waschen kostet extra Produkte rein, kostet das auch mehr. Jo, aber für den Moment ist es mir dann wert, weil ich es einfach geil finde, wenn die an mir rumfingern. Das finde ich einfach, ich weiß nicht, das finde ich einfach geil. Ja, bei dir ist ja Geld auch dick, so, da kannst du es dir rausnehmen. Ich kann es mir noch nicht rausnehmen, Maik. Irgendwann, wenn ich mal da bin, wo du bist. Was hast du, was hast du? Du hast mir doch eben, du hast dir irgendwas bestellt, wo du meinst, da kommen jetzt Pakete. Was war das? Du meinst die, die kostenlos mir zur Verfügung gestellte Ola Cala-Paket von der neuen Kollektion? Hast du es wirklich kostenlos bekommen? Natürlich. Glaube ich dir nicht. Oder meinst du, meinst du den Stone Island Beanie? Diese, diese, diese Skimaske da für 100 Euro. Die von CP Company? Genau, wo du in Köln fährst ja gar kein Ski irgendwie. Nö, ist einfach nur ein lässiges Mode-Accessoire. Ist ein lässiges Mode-Accessoire, aber das hast du ja gesponsert bekommen und nicht bezahlt dann, oder? Setz dich ab, weil ich es in den Musikvideos verwende. Das ist so smart. Smart, okay, okay. Alles davon, das ist Image-Ausgabe. Du, das ist auch wichtig, weil du musst ja irgendwo dein Dasein als Rapper irgendwo representen. Du machst actually viel Mucke im Moment, ne? Ja, ich lieb's. Ich find's übel geil. Ich will mich da in die Richtung auch deutlich verbessern und noch mehr so irgendwie da reindiven. Digga, ich versteh noch einfache Dinge nicht. Heute wieder mit Proxy im Discord gewesen. Erzählt mir da irgendwie was von so einem Plugin. Alles gut. Halt deine... Mike. Hast recht, sorry. Was so für dich mixt. Also so, das ist einfach ein übel bekanntes Plugin scheinbar. Ich kannte es nicht. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Honey, nee. Äh... Lass mich kurz mal checken, wie das heißt. Das heißt... Ah, nee. Das ist von diesem Isotope. Die haben auch dieses Ozone, weißt du? Ja, ja, ja. Safe. Und das ist einfach, da suchst du dir eine Stelle von deinem Beat raus, markierst die, loopst die und dann macht das Plugin quasi ermittelt die Höhen, Tiefen, die ganzen Frequenzen vom Beat und macht dir daraus eine Vocal Chain mit eigenen Plugins für diesen Beat. und das klingt dann einfach absolut geil. Es hat einen eigenen Autotune. Es kostet halt sehr viel Geld, aber... Bro, ich bin da momentan im Grind. Ich wollte das Bock übel. Wie viel? 300 Euro oder so. Okay, aber für so Plugin geht doch eigentlich noch. Kannst du ja auch absetzen. Ja, schon. Aber es ist schon viel Geld. Und dieses Ozone-Ding kostet halt irgendwie 800 oder so. Ja, ist doch geil, wenn man da Bock drauf hat, irgendwie so Mucke zu machen. Es macht auch Spaß. Ist auch geil. Ja. Vor allem, du verpackst es auch in Streams so. Ist ja auch nice, wenn man das dann irgendwie so kombinieren kann. Ja, doppelter Content ist geil. Ist sehr, sehr geil. Zwei verbankte EP kommt, Alter. Zwei verbankte EP kommt. Ja, muss kommen, muss kommen, muss kommen. Aber da hab ich auch schon gestern drüber nachgedacht, weil Toro war gestern bei mir. Wir haben auch auf Quatsch so ein bisschen Songs gemacht. Und er meinte so, Bro, allein, dass du... Ich weiß nicht, hast du diesen Trucker-Song mitbekommen? Ja, ne? Ja, der war aber wirklich stark. Ich weiß dein Herz. Die Reime, also der war actually stark. Vor allem dafür, dass es ein Freestyle war so, Bro, ne? Musst du überlegen. Ja, war überkrass, war überkrass. Da dachte ich selber nicht, was ist da, da... Es kam einfach aus mir raus, so wie wenn deine... Ich hab's verkackt nicht. Alles Gute, ich geb dir noch eine Chance. Doch, mach. Ich geb dir offiziell eine Chance. Das ist noch nicht peinlich, wenn du ihn jetzt deliverst. Okay. Es kam aus mir raus, wie wenn deine Mama mich wieder unsittlich anfasst. Okay. Krasser Joe. Geil. War geil. War richtig geil. Und da meinte er, Bro, wenn man das jetzt so hört, auch was du jetzt gemacht hast mit Hype-Luss und so, also er meinte so, Bro, würdest du jetzt so 40 Grad und Weihnachts-Vibes nochmal genauso machen? Ich hab's mir angehört, denke ich, ich bin weggecringed bei Weihnachts-Vibes. Bei Weihnachts-Vibes? Nein, Weihnachts-Vibes ist ein Klassiker, Bruder. Nein, listen, listen, listen. Es ist ein Kult-Hit, es ist ein Klassiker. Ich liebe den Song, aber einfach von wie ich Dinge aussprechen würde, weil das hat man dazu gar keine Erfahrung gemacht. Okay, ja, ja, safe. Wenn wir das jetzt nochmal neu recorden würden, genau mit den gleichen Lyrics, genau alles gleich Pacing, es wäre ein Überbanger, über, über, überbanger. Ja, so safe. Also ich find so Zaubertrank, also Zaubertrank war ein gottloser Banger. Ja. So, das war auch, wo du am Ende, wo du am Ende so noch gefloat hast, so das war schon geil. Aber ja, so Musiksachen, das ist schon, aber sowas geht halt auch einfach geiler vor Ort, so wie mit Torre, wo du das gemacht hast. Ja, übel. Wo man so irgendwie, keine Ahnung, man zieht sich ein schönes Handy und so Rockpfeifen an sich rein und dann freestylt man da ein bisschen. Oder auch so, wenn man Musikvideos machen will, ist es halt immer übelst Garbage, wenn man dann so durch ganz Deutschland fahren muss, mit so mit Delay und so irgendwie. Ich hab das einmal versucht. Ich hab keinen Delay mehr, Bro. Das kann ich dir erklären, wenn du dann hier in Köln bist. Okay, ja. Technik Support, das ist einfach ganz einfach, Bro. Das ist übel kompliziert, aber du musst halt nur dann deine Headphones umstecken. Beziehungsweise ein Plugin benutzen, wenn du die nicht umstecken willst. Aber ja, ist easy. Okay, stark. Aber also der Trucker Song, Bro, der war schon stark. Würdest du, wenn du dir das aussuchen dürfst, ich hab dir das jetzt schon mal gestellt, die Frage, ich mach's aber jetzt nochmal auf im Podcast. Ich geb dir auch nochmal die Chance jetzt. Ich hab dir die Frage schon mal gestellt, ich stell sie dir jetzt aber nochmal im Podcast. Würdest du, wenn du dir aussuchen dürftest, ob du ein sehr bekannter Streamer oder YouTuber bist oder ein sehr bekannter Musiker? Für was würdest du dich entscheiden? Jetzt gerade Standaufnahme? Ja, wenn jetzt jemand, wenn jetzt eine kleine Fehl, eine kleine Zartfehl durch dein Fernseher geflattert kommt und sagt, Tüdelü, Tingeling, du darfst dir jetzt aussuchen, entweder du bist ein sehr bekannter Streamer oder YouTuber oder du bist jetzt ein bekannter Musiker. Was würdest du nehmen? Du musst jetzt antworten, sonst fick ich die Elfe in den Arsch. Und du hast gar nichts. Als allererstes würde ich diese Elfe über meinen Schwanz stülpen und die so in den Arsch ficken, dass sie nicht mehr reden kann. Wie ein Taschenhamster? Genau, dann würde ich die gegen die Wand pinnen und ihr ins Ohr flüstern, ob sie mir die Frage nochmal bitte erneut stellen kann. Wenn die Elfe zittrige Beine hat. Ja. Die kann gar nicht mehr fliegen, die muss dann irgendwo sitzen. Und ich glaube, ich würde sagen, ich würde eine Mischung nehmen, wenn es das auch eine Option ist. Ist es nicht. Dann würde ich Stream nehmen, Streamer nehmen. Was wäre für dich eine Mischung? Also das ist das, was ich jetzt eigentlich so, wo ich einfach am meisten Bock drauf habe, ist einfach Stream mit Musik kombinieren. Ich will mit, also erstmal möchte ich die Kölner Bubble dazu bewegen, Musikstreams zu machen mit mir. Also ich habe da übel Bock drauf. Ich habe jetzt Dominik gefahren, ob wir zusammen einen Countrysong machen. Also er hatte da auch übel Bock drauf. Was machen wir nächste Woche, die jetzt kommen? Machen wir so einen Countrysong zusammen im Stream. Ja, geil. Und übernächste Woche will ich mit Kevin Freestyle einfach on Stream machen. Und dann, ich habe so ein bisschen so diese Vision, auch wenn es immer cringe klingt, sowas zu sagen, wie ich habe die Vision oder die Vision oder das stelle ich mir vor. Aber ich fände das übel geil, wenn ich einfach meinen Stream dahin lenke, dass ich einfach Musik mache und teilweise so Songs mit wirklichen Musikern in meinem Stream mache, weißt du? Dass ich mir Leute einlade. Das ist so eine geile Idee. So, keine Ahnung, das Netzwerk, was wir schon kennen, erstmal so die OGs so Schneezen maybe oder Boah, das wäre auch hart. Schneezen würde auch hart gehen. El Goony oder so. Boah, das ist übel geil. Und dann einfach auch das, was ich gerade so feiere. Ich bin gerade übel auf dieser Scott Cobain N6O Wave. Das ist übel geil. Ja, das feiere ich. Safe. Ist geil. Musst du ja noch so eine richtige Booth da reinbauen und so. Ja, voll. Aber ich glaube an sich, Musiker-Lifestyle ist glaube ich gerade das, wo ich mehr drauf Bock hätte. So dieses den ganzen Tag, ohne irgendwie, dass dir wer zuguckt, fokussiert an der Sache arbeiten. Bisschen rumprobieren, bisschen dann das haben und dann am Ende hast du einfach ein Ergebnis. Das kannst du teilen. Ja, safe. So, beim Content Creator hast du immer Druck und ja, was mache ich heute Abend? Ich muss da noch eine Story machen. Das ist bei Musiker. Kannst du einfach machen, was du willst. Ich glaube nachher, wenn du da auch irgendwo gesigned bist, ich glaube, da hast du auch gut Druck, Bro. Klar. Kommt drauf aber an. Man kommt da nie in der Öffentlichkeit drum vorbei, Druck zu haben. Aber ja, ich habe auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das Video kennst von RIN, Access All Areas. Kennst du das? Das ist so ein Tour-Blog. Oh ja. Der kam vor vier Jahren oder so raus oder fünf, ich weiß es nicht, lass mich kurz checken. Access All Areas. Was ich noch kurz einwerfen muss, wenn ich mal wieder bei deiner Mutter war, habe ich auf jeden Fall keinen Druck mehr. Das war nur mal für mich wichtig, das loszuwerden. Cool, cool. Genau, es kam vor vier Jahren raus und es ist einfach so ein Tour-Blog von der ersten Tour, von der Eros-Tour. Und dieses Video hat mich so gecatcht oder dieser Lifestyle hat mich so gecatcht, weil die, also was mich am meisten gecatcht hat, ist einfach, die fahren halt so in einem Sprinter durch Deutschland und alles sind Freunde. Die holen sich in jeder Stadt ein Hotel und dann spielen die da die Show und dann fahren die in die nächste Stadt. Und das alles erleben die halt als Freund, ohne dabei irgendwie zu sagen, heute Abend muss ich streamen. Die fahren, die machen ihre Shows, sind unter sich und dann fahren die in die nächste Stadt und auf der Autobahn mit deinen Jungs zu quatschen und so weiter, dann Raststätte, dann da ist, Bro, in meinem Kopf ist das so geil. Stell dir mal vor, wir würden wirklich so eine zweifelmengende EP machen oder allein muss ja keine Musik sein. Machen so die Gang-Tour einfach, bloß mit der Kölner-Bubble dann. Ja, Bro, imagine. Oder wir beide, wenn wir wirklich Podcast irgendwann richtig krank abgestimmt haben, dass Leute sich die Scheiße auch live anhören wollen. Stell dir vor, wir machen eine Deutschland-Podcast-Tour, spielen in irgendwelchen Hallen den Podcast. Wie geil wär das? Bro, ich... Sprinter-mäßig, Bro, übergeil. Ja, aber über-sick. Wir müssen mal bei diesem, als wir 40 Grad gemacht haben, da hat noch Red Bull kommentiert. Da müssen wir mal dran anklingen, dass wir irgendwie so auf irgendeiner... Ich hätt übel Bock, einfach so einen Song mal live zu performen. Ja, Mann. Irgendwie so richtig einfach so live irgendein Song performen. Imagine. Bro, übel geil. Ja, ich hab übel Bock. Das ist... Ich glaub, also du würdest jetzt gerade zu dem Zeitpunkt würdest du Streamer nehmen? Ja, ich hab... Ich bin da... Ich hab auch, muss ich sagen, Angst, glaub ich, einfach. Weil das... Es würde so ein anderer Lifestyle kollidieren. Also ich meine, meine zwei Passionen in meinem Leben und auch die einzigen zwei Passionen, die sich mein Leben durchgezogen haben, sind Musik und dieses Gaming-Streaming-Ding. So, ich hab angefangen, Klavier zu spielen mit vier, hab immer Rap gehört in der Grundschule und so. So diese ganzen alten Platten. Ich hab das... Musik fand ich schon immer geil, aber ich hatte nie wirklich so ein Talent für, ähm, meine Stimme. So, ich hab halt Klavier gespielt, ich war musikalisch, ich hatte Taktgefühl, Rhythmus, bla, bla, bla. Aber ich konnte, also ich konnte halt nicht singen, ne? Und damals, als du so mit nem Laptop was hattest oder nem PC hattest, da war der ein Horizont, Minecraft, Hamachi und Skype. Ja, ja, ja. Und mittlerweile kannst du FL runterladen, ziehst dir Plugins rein und du klingst geil. Weißt du? Ich hab damals mit Dubstep angefangen, Skrillex war meine Wave, Mann. Ja, Skrillex auch, sehr gefühlt, Bangrang, geiles Album. Hab ich letztens mit Julia auf der Autobahn gehört, das war auch geil. Geil, Mann. Ja, ja, Mucke, also ich glaub, also ich hab da irgendwann ja mal Just for Fun einfach so mit angefangen, einfach weil ich's cool fand. Ich hab ja auch sonst, also ich hab nie was mit Mucke zu tun gehabt, so. Ich hab irgendwie als Kind mal so ein bisschen Gitarre gespielt, war ich dreimal in so einem Gitarrespielkurs, aber sonst halt so gar nicht. Ich fand das einfach irgendwie geil und so dann nachher das Endprodukt zu hören und so. Ja, genau das ist das Ding. Das ist übel geil. Also das find ich halt super geil, wenn du so, ich mein, gut, im Geilsten, ich glaub am geilsten ist, wenn du actually auch noch so selber Beats machen kannst. Also sowas ist halt dann ein Endlevel. Wenn du so, du hast das Song im Kopf, ne Melodie und baust dir dann so deinen eigenen Beat. Ich glaube, das ist übersick. Ja. Aber ich find das so geil. Also ich will das eigentlich auch mehr machen, aber ich find das, ich fühl das auch irgendwie, dass es einfach so ein Hobby ist und man kann einfach so das machen, wo man Bock drauf hat. Ja. Und nachher feiern das so Leute und man macht jetzt irgendwie einen Sommersong oder einen Weihnachtssong oder Freestyle einfach und dann ist das so geil, man lädt's hoch. So irgendwie. Also die, die Wave so fühl ich extrem. Aber ich hätte auch Bock, noch ein bisschen abzusteppen und das so ein bisschen öfter zu machen und so. Für mich sind, auch Leute, die Beats machen können oder auch gute Beats machen können. Das, das gibt mir immer so einen Vibe von übelkranker Intelligenz. Ähm, weil du dich quasi... Da gehört schon einiges zu, safe. Ja, voll, ne? Weil du hörst das so und denkst so, Bro, der hat da was bei gedacht, wie der die Sachen platziert, wie der das anhört, wie der, wie der das anhört, wie der, äh, die Melodie und so. Bro, alleine Beats zu, zu so, so mixen und sowas und also wirklich auch Scrap was zu bauen. Ich hab mir da mal ein paar Videos damals so, ich weiß nicht, so Dirty Maulwurf, Mauli kennst du ja bestimmt auch. Ja, klar. Den hab ich, also den fahr ich auch heute noch. So, der ist halt, der macht halt alles selber. Der hat sein kleines Studio-Digger und der macht da auf YouTube manchmal so, der hat da, macht er sich da schöne Kerze an und dann baut er sich da die Beats für sein komplettes Album. Das find ich überkrass. Also davor hab ich legit krasser Respekt. Ja. Beats zu bauen ist heftiger als, ähm, als, find ich, irgendwas einzurappen. So, beides braucht irgendwie Talent auch irgendwo. Aber Beats bauen... Klar, klar. Ich hätte übel Bock, ich hätte übel Bock, so Beats bauen zu können. Aber ich glaube, bis du das richtig gut kannst, da musst du richtig viel Zeit und Passion so reinstecken. Klar, aber kannst du ja auch als Hobby. Also das ist ja was Geiles am Hobby. Das ist halt, weil das ist momentan bei mir, ich merk das, ähm, ich bin übel passioniert dabei, zu streamen und YouTube-Videos zu machen und Dinge mit meinem Cutter durchzusprechen und, äh, Sachen zu planen. Dieses Autobahn-Video, Digga, ich bin da so aufgegangen beim Drehen und so weiter. Übel geil. Und dann, am Ende des Tages, wenn ich dann den Stream ausmache, dann chill ich eine halbe Stunde bis Stunde und dann geh ich einfach alle Lichter aus, setz mir meine Kopfhörer auf, mach mir ein schönes Getränk und dann hör ich einfach Beats und mach einfach den ganzen Abend, bis ich dann halt pennen will, irgendwas einfach nur. Und das ist übel geil, weil es entspannt mich, ich hab was zu tun, es ist halt ein Hobby. Und in den Hobby will ich halt so richtig viel reinballern, damit es halt richtig geil wird und so richtig viel Spaß macht. Ich mein, im geilsten ist das Video auch schon, meintest du es dann wirklich so mit deinem Stream und so kombinieren kannst, ne? Das ist schon geil. Ja, ja, ja. Ja, ich weiß nicht. Ja, aber wie gesagt, so gerade wenn ich, wenn man so Beats hört oder wenn man so richtig kranke Producern so hört, es ist, die müssen so ein Verständnis haben von Musik und von der Physik dahinter, also einfach krank, Digga. Wenn die dir sagen können, bla bla bla, das und das musst du machen, damit sich das so und so anhört, komplett krank, Digga. Man sieht da selber halt nur Knöpfe. Weißt du, wofür ich kein Verständnis hab? Na? Für Leute, die ihr Klopapier zur Wand hängen. Oh mein Gott. Weil ich hatte letztens eine hitzige Diskussion und das sind so ein paar Sachen, die ich einfach nochmal irgendwie besprechen muss. Hast du meinen Tweet gesehen? Nee, welchen? Wann? Ich hab einen relativ harten Tweet rausgehauen. Wann? Ist schon was her. Ich muss mich kurz mal gucken. Hier. Habt ihr das Klopapier, habt ihr das Papierende bei eurem Toilettenpapier vor oder hinter der Rolle? Am 11. Januar hab ich das getweetet. Okay, ja, also du bist wahrscheinlich dann auch, weil du eben so schockiert reagiert hast, du bist wahrscheinlich auch ein Arzt, der ist halt wie jeder normale Mensch, der kein Psychopathis, nach vorne hat. Ja, genau. Zu dir zeigend. Bruder, ich hab im Chat Leute gehabt, twitch.tv.com Und auch twitch.tv.com Das heißt Philo. Genau. Bester Freund. Bester Freund. Ich hatte im Chat Leute, die felsenfest, da meinten, nein, wir machen das Ende vom Klopapier zur Wand. Und das verstehe ich nicht, weil es keinen Sinn macht. Es ist scheiße. Für mich ist das wirklich ein Dreckmensch, der sowas macht. Und das meine ich wirklich respektlos. Ja, same, 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 same. Das meine ich wirklich respektlos. Und ich glaube, auf diese Diskussion gekommen, bin ich durch das Tinder-Video von dir und Henkel mit den, wo ihr drüber geredet habt, Stückchen im O-Saft. Und da wart ihr so arzt, ihr habt gesagt, es findet ihr geil. Beide ist geil, ja. Ich finde es schlimm, ich finde das scheiße. Warum? Warum? Was? Das ist doch einfach scheiße. Ich trinke ja einen O-Saft, damit ich so ein richtig geiles, halt mal kurz die Fresse, so ein richtig klares, geiles Getränk im Mund hab und dann sind da Stücke, die hängen mir in der Fresse. Das soll einfach nicht so sein. Wenn ich was trinke und da sind Stückchen drin, dann assoziere ich das mit, das ist nicht mehr gut, das Getränk, das ist nicht mehr gut. Das ist einfach eklig. Ich finde das scheiße. Halt mal den Maul! Jetzt reicht's nämlich. Was ich gerade gemacht habe vor dem Podcast ist, ein schönes kaltes Netz Orangen aus meinem Kühlschrank zu nehmen, die Scheiße auszupressen, wie deine Mutter die Titten ihre. Okay. Und dann einen kalten, frisch gepressten Orangensaft zu genießen. Und mein Quetscher hat so natürlich ein Auffangbecken für das ganze Fruchtfleisch, aber es kommt immer so kleine Fetzen mit durch und das liebe ich. Und dieser frisch gepresste Orangensaft ist das beste Getränk vielleicht, was es auf der Welt gibt sogar. Es ist so, es schmeckt so anders. Aber es ist nicht überteuer. Aus wie vielen Orangen kriegst du ein Glas Orangensaft? Vier. Vier Gläser? Vier Orangen. Was für vier Gläser? Achso, vier Orangen sind ein Glas. Ja. Und in deinem so Netz sind so Szenen drin oder so. Ist es nicht teuer, sein Urgroßvater? Wie viel bezahlt sie für so ein Netz Orangen? 1,29 oder so. Oh, really? Ja, ich nehme ja nicht die Bio-Dinger, die aus irgendeiner kontrollierter Scheiße. Nein, natürlich nicht. Ja, genau wie ich mein Fleisch kaufe. Hauptsache günstig, wa? Für mich ist es auch kein Getränk, sondern wirklich ein Genuss. Muss ich wirklich sagen. Es ist ein Genuss. Okay, das ist so, das gönnt man sich dann zum Abend. Das ist so eine Lebenseinstellung. Ja, es ist einfach, es ist übelgeil. Es kliert so dein, du fühlst dich gesund, es kliert dein Mind, es ist schön kalt. Es ist einfach, das ist wirklich das einzige Getränk, wo ich sagen würde, das ist ein Erfrischungsgetränk. Weil nach dem Konsumieren fühle ich mich erfrischt. Okay, checke. Okay, checke. Ja, checke und respektiere ich auch. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, um auf das Thema zurückzukommen, ich finde das Fruchtfleisch da drin super geil und angenehm. Was ich aber nicht geil und angenehm finde, ist die stinkende Muschi deiner Mutter. Und wenn ich zum Beispiel bei Rewe reingehe, ich wollte gerade sagen, bei Rewe beigehe. Deine Mutter sollte mal zum Arzt gehen, dir ziemlich flockigen Ausfluss. Ja, ich höre zu. Hast recht, hast recht. Dann hole ich mir da so Orangensaft oder so und da nehme ich immer ohne Fleisch. Weil dieser Orangensaft, der schon existiert, wo Fruchtfleisch drin ist, das ist viel zu viel. Boah, da stickst du ja dran. Aber an sich finde ich das Fleisch geil. Ich fühle das, wenn du sagst, das ist was anderes, weil du sagst, du presst das selber und da kommt so ein kleiner fetzen Orangenfleisch durch. Okay, stelle ich mir noch cool vor, weil du hast auch die Verbindung zur Natur und so eine Scheiße. Genau, so ein Scheißdreck und sowas. Genau. Aber wenn man, also ich kaufe immer Orangensaft, wenn ich es mir mal kaufe, nur ohne Fleisch. Weil ich feiere das nicht. Diese abgestandene Scheiße ist das unten am Saft. Der Busber, das schüttelt, ist so eklig. Das fühle ich nicht. Aber okay, da verstehe ich noch. Also beim Klopapier gibt es für mich keine zwei Meinungen. Ich denke, so was das Thema Müsli angeht, da sind wir uns auch einig. Also Müsli erst Müsli, dann Milch. Gibt es auch Leute, die darauf schwören, das andersrum zu machen. Aber, äh, also es gibt einfach so Sachen, die verstehe ich einfach nicht. Wieso? Was jetzt genau nicht? Ja, einfach so dieses Müsli-Ding, dieses Klopapier-Ding, das ist doch scheiße. Also jeder normale Haushalt hat sein Klopapier zum Beispiel zu einem gerichtet, nicht zur Wand. und Leute wollen mir erzählen, dass das, dass das nicht so ist. Guck mal, du schläfst doch auch zum Beispiel nicht mit Socken. Welcher kranke Mensch schläft mit Socken? Ja, weißt du, was ich manchmal gemacht habe, im Winter vor allem, also im Dezembermonat, wir haben ja noch Winter, ich gehe ins Bett mit den Socken an, ziehe mir dann irgendein YouTube-Video rein und dann, wenn du dich akklimatisiert hast mit der Bettdecke und dich schön einkuschelst, dann ziehst du die Socken aus. Okay, ja, smart. Aber das respektiere ich. Ja, das respektiere ich. Aber du schläfst ja nicht, also du schläfst ja nicht mit Socken an. Das ist doch krank. Nee, wenn man jetzt nicht unbedingt komplett krank besoffen nach Hause kommt, dann nicht, nee. Ja gut, das zählt nicht, wenn du dann da besoffen mit, ich habe auch schon in der Jeans gepettet, weil ich so verschissenhacke war. Ja. Aber das ist, weiß ich, also was sich schon komisch anfühlt, wenn man wirklich so Affennotgeil ist, dass man dann beim Abfaken ab und zu mal die Söckchen anlässt. Das passiert mir auch schon mal. Nein, das ist auch eklig. Nein, das ist mir schon mal passiert. Ja, kann auch sein, dass es dir passiert ist, aber es ist trotzdem eklig. Ja, es fühlt sich nicht richtig an, aber das finde ich so, also ich finde, in Socken schlafen schlimmer, als mit Socken zu ficken. Wahnsinn. Findest du mit Socken ficken schlimmer, als in Socken zu schlafen? Ja. Weil ich fühle, man fühlt sich dann einfach wie ein Arschloch. Ich finde, man fühlt sich richtig eklig. Bro, wenn du Porn guckst, Bro, und dann fickt der eine irgendwie jemanden mit Socken an, das geht nicht. Ey, Bro, zeig mir andere Schwänze, das ist mir egal, aber Socken gehen gar nicht, Bro. Wie ist es, wenn du dir ein Porno anguckst? Außer, aber Frauen können gerne Socken anhaben, weil da stehe ich ein bisschen drauf. Ja, das ist ein bisschen, okay, ja, viele, viele, viele. Besten Overnies. Ähm, wie ist das, wie ist das, wenn du jetzt ein Porno guckst, zum Beispiel, ja? Und du bist da gerade an einem Abkommen. Hört sich meine Socken aus vorher schnell. Nein, nein, du bist da gerade an einem Abkommen und auf einmal siehst du das weitgespreadete Arschloch von dem Ficktypen da. Stört dich das? Nein. Weil mich stört das, ich muss dann wegskippen oder zurückspulen. Aber ich guck mir das auch nicht an, ich guck mir doch nichts an, wo ich da einen Arschloch sehe von einem Typ. Naja, aber wenn er dir jetzt bumst, dann kommt ein Kameracut oder sieht man auf einmal so wie die Kamera in seinen Arschloch filmt. Es gibt meistens ans Ende, Bro. Ja, das finde ich auch am geilsten. So ein Creampie und so. Ey, Bro, guckst du dir wirklich das an und genießt das so wie so ein Film? Nein. Für mich ist das Arbeit, für mich ist das E-Sport. Ja, aber ich wichse auch überschnell ab. Ich scroll legit ans Ende einfach. Same. So die letzte Minute und dann dann wird die Mademoiselle vollgemacht und dann bin ich durch. Kennst du das? Hattest du das schon mal so, als du noch ein bisschen jugendlicher warst, mittlerweile ist mir das viel zu viel Zeit, die dabei drauf geht. Das war so, okay. So einen Abend, wo du dir denkst, Bro, jetzt wichse ich mal richtig geil ab heute. Und dann probierst du so special Sachen zu machen, weißt du so. Du denkst dir so, okay, du guckst jetzt wirklich, also was ich einmal dachte, es ist geil, wenn du dir wirklich so 30 Minuten dann raussuchst und das von vorne bis Ende guckst. Boah, ne. Digga, das ist das überhaupt nicht. Vor allem, ich wichse auch im Stehen, er kriegt Krampf irgendwann. Na, Digga, das meinst du nicht ernst. Doch, ich wichse immer im Stehen. Immer? Ich wichse immer im Stehen. Nein, glaube ich nicht. Ich habe einmal, ich habe einmal im Liegen gewichst, weil es so schön warm im Bett war und ich habe da noch Taschentücher liegen, weil ich krank war, aber ich habe, Bruder, ich habe auch keine Taschentücher im Bett. Ich wichse, ich gehe ins Bad und wichse im Stehen in Klopapier rein. Glaube ich, ich glaube das nicht. Ich schwöre, es ist so. Ich schwöre dir, es ist so. Ich finde das, im Liegen scheiße. Bruder, ey, also wirklich, also wo wichst man hin im Bett? Wichst du dich dann selber voll oder was machst du dann? Dann nimmst du auch ein Taschentuch. Nee. Im Liegen im Bett, das finde ich scheiße, das finde ich schmutzig. Da habe ich keinen Bock drauf. Wie im Liegen? Ja, im Liegen im Bett, das finde ich scheiße. Ja, im Liegen, also ich liege, wenn ich im Bett mache, liege ich seitlich. What the fuck? Ja, natürlich. Seitlich? Nee. Wenn du auf dem Rücken liegst, dann rutschen dir die Eier manchmal so hoch und das finde ich gar nicht geil. Echt jetzt? Rutscht die hoch? Nein, nein, ich stehe, ich spanne schon meine Arschbacken an und dann wichse ich in Klopapier rein. Finde ich widerlich, Maik. Warum? Finde ich ekelig einfach. Du hast immer gesagt, dass du, wenn du kommst, dann auch deine Arschbacken zusammenkneifst und dir auf den Arsch aus. Ja, ja, absolut, absolut. Nee, das ist ja... Dann kneife ich mir auch mal nicht und man sagt, aui, und dann wichse ich auch. Ich kann das einfach nicht glauben. Aber ich bin auch manchmal, ich bin auch ein Handywichser. Ich habe noch nie an meinem PC gewichst. Das ist halt scheiße. Nein! Doch. Ich habe tatsächlich, ich bin da ein bisschen fortgeschritten. Ich habe ja insgesamt, keine Ahnung, ich kann schon gar nicht mehr mitzählen. Ich habe auf jeden Fall jetzt gerade im Betrieb drei Handys, Maik. Zwei iPhones, ein iPhone 14 Pro, mein Arbeitshandy, dann ein iPhone 12, mein privates Handy und ein ganz, ganz altes Google Pixel, irgendwas. Vielleicht ist es auch ein Google Note. Für den ganz schmutzigen Schweinkram. Für den ganz schmutzigen Schweinkram. Da gucke ich, da wichse ich nur drauf. Und da verkaufst du deine Graspackages mit. Okay, verstehe. Genau, genau, genau. Nee, nee, nee. Aber ich bin auch, wenn ich abwichse, ich weiß nicht, ob du das fühlst, aber ich bin dann so, ich habe dann Angst, dass mich jemand beobachtet durch die Innenkamera. Ich halte das dann immer so in dem Handy, dass man vielleicht nur mein Doppelkinn sehen könnte. Das glaube ich nicht. Ich habe immer Angst, dass da irgendein alter haariger Mann mir zuguckt, während ich mir die Eier leer schrote. Krank. Krank. Weiß ich auch nicht. Und wenn ich, ich bin auch ein Trockenwichser, ich wichse trocken. Natürlich. Bro, du musst es so taktisch machen wie möglich. Das ist das Geilste, wenn du keine Nacharbeit hast. So wenig Nacharbeit wie möglich ist das Beste. Ja, safe. Ich habe mir einmal mit Babyöl eingekäult. Das fand ich richtig scheiße. Ja, ja. Ich bin immer schön trocken. Das ist scheiße. Dann klebt das und dann schmiert das und da habe ich keinen Bock drauf. Nee, ist eklig, Bro. Nee, nee. Dann gibt es auch noch ganz kranke Leute, die auf ihr Handy-Display wichsen und sowas. Ja, oder ob sie extra so ein Tablet haben oder so. Ja, ach komm. Oder noch abweisende Panzerfolie. Ja, ja, nein. Oder das ekligste, das ekligste, diese Come-Tributes, wo die dann auf irgendeine Influencerin auf so ein Polaroid gewichst haben und so. Das finde ich ganz schlimm. Was? Hä, kennst du das nicht? Wenn so irgendwelche Wichser auf Twitter oder so so Come-Tributes posten? Nee. Wirklich nicht. Nein? Die drucken sich dann irgendein Bild aus von irgendeiner, keine Ahnung, YouTuberin und wichsen das voll dann. Wirklich? Ja, ohne Spaß. Aber ich wichse ja nicht auf irgendein Bild oder auf mein Handy oder so. Imagine, du wichst dein Handy voll. Das ist doch scheiße. Wichst du vor dem PC? Ja. Wie? Also du sitzt einfach in deinem Stuhl und wichst dir dann die Eier? Ja, hä? Das ist ja krank. Warum ist das denn? Bro, ich finde das viel krank. Ey, Freunde, schreibt uns bitte auf Instagram, Instagram zwei vermengte, at zwei vermengte, zusammengeschrieben, klein, ihr kleinen Wichser. Schreibt uns da, ob ihr einen Stehwichser mehr verstehen könnt oder einen Sitzwichser, Bro. Also, du wichst im Stehen. Ich wichse im Stehen. Weißt du, was passiert, wenn ich im Stehen wichse? Was denn? Als ich das zwei, dreimal in meinem Leben probiert habe, Nein. Meistens habe ich auch deine Mom, die als Kammdampster fungiert, aber wenn ich halt wirklich alleine bin und halt, nein, im Stehen, ich gehe ins Badezimmer, ins Badezimmer, was du so kennst und liebst, gehe ins Badezimmer, nehme mir eine ordentliche Fure Klopapier und wichst das Ding voll. Aber wie hältst du dein Handy in der einen Hand und, und, ja, das halte ich irgendwie oder stelle das irgendwo hin und dann melde ich so ein bisschen. Und wo ist dein Zehmer? Was? Wo ist dein Zehmer? In meiner rechten Hand. Oder ich, ich wichse. Und mit was wichst du deine Eier? Mit meiner linken Hand. Und wo ist dein Handy? Nein, pass auf, es läuft so ab. Ich habe in der rechten Hand mein Handy. Ja. So, und dann fange ich an, mich abzuwichsen. Ja, ja. Mit links? Ja, entweder ich mache, es gibt zwei verschiedene, mit links, weil ich mir mal die rechte Hand gebrochen habe, so, und dann habe ich mich umgewöhnt, mit links zu wichsen und seitdem mache ich das, weil ich es geiler finde. So, und dann, entweder ich mache es so, dass ich, ich erkläre dir jetzt meine zwei Methoden. Ich mache es so, ich habe das Handy in der rechten Hand und wichse mir die Eiersäcke mit links und wenn ich merke, okay, jetzt gibt es gleich ein Abkommen, mache ich das Handy die ganze Zeit entspannt weg, nehme mir Klopapier und wichse da rein. Und das Klopapier habe ich dann in der rechten Hand und dann nehme ich meinen Schwanz, drücke es da einfach und wichse da ordentlich rein ins Klopapier, in den Knollen. Oder, die zweite Option ist, dass ich von Anfang an mein Handy einfach irgendwo hinlege, aber in so einem Winkel, dass mich kein Pervers durch die Innenkamera beobachten kann und dann wichse ich quasi die Hand frei. Dann wichse ich mit links und dann mache ich das ganz entspannt. Warum? Aber guck mal, auch wie in der Bravo. Du klingst wie ein Psychokiller, während du das sagst. Nein. Wie Jeffrey Dahmer, Bro. Nein, weißt du, was für mich Psychokiller sind? Das sind für mich Leute, die wie in der Bravo beschrieben das und sagen, ja, ihr müsst euer Körper erforschen. Halt das Maul, ich will mir die Eier leer wichsen und nicht so romantisches Kernleit-Dinner haben. Ja, Bro. Wenn die sagen, mach dir eine schöne Musik an, mach dir Duftkerzen an und wichst dir ordentlich eine Dreiviertelstunde wie Eier. Alter, was? Ja, wer macht das, Bruder? Da hat gar keiner das machen. Aber Duftkerzen ist aber geil dabei wichsen einfach. Bruder, Quick and Dirty League of Legends Loading Screen damals bin ich mir kurz ein Abwichsen gegangen und hab dann gezockt. Und dann geht's rein ins Game. Ja, und dann geht's rein ins Game. Weißt du, was man bei mir lustigerweise sieht, du kennst auch Shadowplay. Ich war da noch nicht fertig. Ist mir doch egal. Ich fang jetzt neu an. Kennst du Shadowplay? Ja. Wenn ich zum Beispiel irgendwelche kranken Clips in Counter-Strike gehittet hab, das ist das Lustigste. Wenn ich irgendwelche kranken Clips in Counter-Strike gehittet hab, hab ich's natürlich immer geklippt mit Shadowplay. Und das nimmt ja die letzten 10 Minuten auf. Und immer wenn ich dann so diese krassesten Shots nochmal angeguckt hab am Abend dann, ne, wenn ich dann irgendwie, dann hab ich halt noch andere krasse Shots in der Aufnahme gesehen, weil ich immer irgendwie Porn-Up im Hintergrund auf hatte. Und wenn man dann raustappt, nimmt er das ja auch auf. Aber du hast doch zu Hause gewohnt. Warum hast du ja die ganze Zeit Porn-Up offen? Ja, während du halt zockst, wie du schon gesagt hast, Loading Screen. Ach so, fandst du dir auf Quick and to Drive by Mail? Ja, ja, immer wenn ich gestorben bin, hab ich rausgetappt, schnell den neuesten gesucht. Die meiste Zeit geht drauf zum Suchen bei mir. Ja, 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 ja. Fühl ich. Voll, voll, voll. Also das Ding ist, jetzt wo ich in der Beziehung bin, sag ich dir ehrlich, wechsle ich super wenig bis gar nicht. Ich spare mir die ganze Brühe immer auf eigentlich. Mhm. Ja, wenn wir da zusammen wohnen, ist das Ding ja eh vorbei. Ja. Dann ist der Zug ja eh abgefahren. Aber ich, also ich hab auch so meine, meine, meine To-Go, also Go-To, warte, wie nennt man das? Go-Back, wo man immer wieder, wo man dann mal wieder rauf geht. Go-To heißt das, ja. Go-To, ja, meine Go-To-Fick-Pornos. Ich hab, ich hab drei Seiten, die ich immer benutze. Ne, ich hab nur eine Seite. Ich bin auch so ein Start, so ein Startseitenspritzer. Wenn diese eine Seite nicht Pornhub ist, dann bist du ein Hurensohn. Diese eine Seite ist Pornhub. Gut. Damals angefangen, in den jungen Jahren, hab ich mit YouPorn. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ich, bei damals war es, äh, ich glaub, ich glaub, es hieß Tube Pleasure. Tube Pleasure? Ja, ja, kranke Seite. Wegen Röhren, 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 äh, Befriedigung. Ja, genau, genau. Ah, das konnte ich herleiten. Sehr, sehr gute Seite. Ähm, genau. Und jetzt hab ich so ein Dreiergespann. Ne? Okay, du hast so, okay, okay. Du hast so deine drei To-Go-Seiten, wo du dann eine Vielzahl, äh, eine Vielzahl von, äh, Muschipornos hast. Genau, das Erste, was ich mache, ist ein Steuerungsschrift N. Die Erste, das Erste, was ich eingebe, ist P. Und da erscheint's dann auch schon im gewählten Browser. Dann logge ich mich, dann logge ich mich da ein. Ach, du hast sogar ein Konto. Ich hab ein Konto beim Hub, ja. Hast du ein Hub-Premium? Ich hab kein Hub-Premium, brauch ich auch nicht, brauch mal nicht. Ähm, und da kannst du dann, hast du ein Feed. Ich brauch gar nicht mehr so lange suchen, ich hab das alles optimiert. Du abonnierst so ein paar Leute, die du richtig geil findest, und dann stellt dir der so ein, sag mal, Sorium zusammen. Ah, okay, checke. Komplett kranker Scheinekram. 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 Aber ist wirklich geil, ist wirklich geil. Und dann ab und zu check ich auch den Pornhub-Shop aus. Da kann man sich auch was richtig Geiles rauslassen. Boah, so Pornhub-Merch hätte ich auch Bock. Ja, 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 voll krank. Da hätte ich auch so einen Schal oder sowas, da hätte ich auch Bock drauf. Und die anderen beiden Seiten werde ich übrigens niemals nennen. Warum? Möchte ich nicht, will ich nicht nennen. Ist irgendwas mit Midgets? Nein, es ist nicht so Midgets. Safeco, du bist krank. Nein, es ist keine kranke Scheiße, aber es ist einfach ein Geheimtipp. Nein, ey, das kannst du nicht machen, das musst du jetzt sagen. Aber du hast doch, wenn du es jetzt sagst, du hast doch gar keinen Nachteil. Du hast höchst ein paar Leute, die sich voller Spaß in die Eier leer wechseln können. Es ist doch geil. Es ist Meta, ich kann dir erklären, warum ich es dir nicht sage. Es ist Meta, weil du kannst auf diesen Seiten basically jeden und alles gucken, den du sonst nur hinter einer Paywall gucken kannst. Ah, dann ist es aber nicht ganz legal wahrscheinlich. Es ist legal. Das ist wie Kinox für Pornos. Nee, es ist legal. Oft ist es von den Artists, nämlich selber. Das ist wie so eine Distributor-Seite. Okay. Es ist einfach nur krass. Du bist ja noch mal komplett anders in dem Game unterwegs. Ja, ja, ja. Du bist ja noch mal komplett anders im Game. Ja, aber auch Family Team, was soll ich machen? Ja, da machst du nix, Bruder. Da machst du nix. Weißt deine Freundin, dass du abwägst auf Pornos? Natürlich. Bruder, es gibt halt Frauen, die sagen, dass es Fremdgehen, ne? Letztens haben wir echt. Ja, es gibt wirklich die. Ich glaube, es gibt welche. Schreibt uns gerne auch mal auf Instagram, zwei vermengte. Es gibt wirklich, oder in die Kommentare bei YouTube, zwei vermengte YouTube. Es gibt wirklich Leute oder auch wahrscheinlich bei beiden Geschlechtern, die dann sagen, weil du ja auf eine andere Person dann abwägst quasi. Nee, das ist ja schon. Ja, das ist Bullshit, oder? Sag ehrlich. Ja, ja, das ist Bullshit. Bro, die haben Ketten für 280 Dollar. Pornhub? Ja, das ist ein Schwanz einfach nur gelockt. Schick mir mal Link. Schick mir mal Link. Pornhubapparel.com Hast du mit einer Freundin oder so von dir oder hast du schon mal mit deinem Partner, mit deiner Partnerin Pornos zusammengeguckt? Ja, 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 ja. Okay, erzähl mir die Erfahrung. Ich hab das einmal gemacht. Erzähl mir deine Erfahrung. Es war mehr oder weniger witzig. Also es war, ich glaub, es ist daraus entstanden, tagsüber war sie hier und da war, das war, ich dachte, ja, Digga, jetzt geht die Welt unter, obwohl es halt eigentlich gar nicht schlimm ist. Ich hab dann so, musste dann schon irgendwie was machen, was schneiden oder so und ich hatte halt Pornhub auf dem Hintergrund. Weil manchmal ist es auch so, wenn ich irgendwie grad Bock hab, richtig aggressiv abzumelken, such ich einen raus, aber da kommt was dazwischen und ich kann nicht abmelken. Dann lass ich aber den Tab auf, weil ich dachte, denke mir so, das finde ich nicht mehr. Aber machst du das auch so spontan, dass du am PC sitzt, eigentlich fast schneiden und dann machst du so einen Drive-by-Wix. Ja. Ah, wirklich? Okay, also immer so auf Shortcut, okay, okay, check. Ja, ja. Was ich aber auch tatsächlich mache, ist, dass ich meine Tastatur und Maus ab und zu desinfiziere. Einfach nur, weil ich es übel weird finde. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ich finde das sonst übel weird. Okay. Ähm. Was wollte ich grad sagen? Genau, ja. Und dann hab ich so, das ist halt zugemacht. Mein Soda hatte ich noch Fickballos auf und so weiter. Und am Abend haben wir dann einfach sind wir drauf gekommen, ja so, hm, was guckst du denn eigentlich so? Really? Okay. Ja, ja. Und dann hab ich so einfach bei mir eingeloggt und bin so einfach durch mein Feed gegangen. Und dann haben wir das geguckt und dann haben wir uns einen angeklickt und dann haben wir den geschaut. Äh, ich weiß sogar noch, von was wir geschaut haben. Von dieser, Bro, das ist übel, das ist übel nice. Also für mit Partner gucken ist das, glaub ich, das Niceste. Das ist so ein Couple, die reisen halt einfach rum, sind steinreich wegen Pornos und machen halt immer Pornos an ihre Reisezielen und so. Okay, okay. So wie Vlogs aber halt ficken dann. Ja. Luna Okko heißt die. Okay, nicht. Oh mein Gott, weißt du doch damals dieser, äh, dieser Doggy Bee Parodie Porn? Ja, Doggy Bee, ja. Bruder, das war auch ganz verrückt. Und das war auch eins der größten, also der ersten großen, ähm, Collaborations, ne? So mit, äh, wo, wo, Broken Thumbs und so die eingeladen haben und Unge und so. Ja, true, true, true. Das war schon echt krass damals. Doggy Bee. Ja, aber war das so, war das so weird oder fandst du es geil? Ich fand es übel weird. Achso, du weißt jetzt, zusammen Pornos zu gucken. Nein, das nicht, das nicht. Das fand ich, das fand ich ganz funny. Ich dachte jetzt zumindest diese Doggy. Ich hab als kleiner, als kleiner Junge hab ich einmal drauf gewichst auf Doggy Bee Porno. Wirklich? Ja, fand's aber nicht. Ich hab's einfach, ich, ich wollte es irgendwie einfach machen, aber ich fand's nicht geil im Nachhinein. Hab's noch nie wieder gemacht dann. Nee, da hab ich mich immer von fern gehalten. Ich fand die eklig. Ja, ich fand die, ich fand die auch eigentlich unappetitlich bei, und das war ich respektvoll. Hast du dir mal mit Absicht, hast du dir mal mit Absicht auf jemanden eingeschrubbert oder auf irgendwas eingeschrubbert, den du eklig fandest? Nee, kann ich nicht. Okay. Kann ich nicht. Aber bei Doggy Bee dann schon, oder was? Ja, ich war, ich war ein bisschen unappetitlich, aber da war ich ja doch jung. Also da hätt ich mir legit, da hättest du mir ein Foto von einer Sonnenblume zeigen können, darauf hätt ich mich abgemolgen. So, weißt du, da hättest du, da hättest du einfach eine Aprikose oder so, so ein bisschen sexy geformt sein, müsste ich mich leer gemacht. Sehr geil. Ich hab das einmal gemacht mit meiner allerersten Freundin damals, das war über cringe. Ich fand das richtig scheiße. Ich fand, das war sowas, das wollte ich einfach in Ruhe machen, wenn ich mich abwächst. Einfach so in Ruhe. Ich finde das auch major weird, also, so wenn du mit deinen Eltern einen Film guckst, da kommt so eine Sexszene, ist so mit das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Fahre ich katastrophal immer. Ja. So, und dann hab ich so immer in denen, das war natürlich super auffällig, aber wenn sowas dann kam irgendwie. Aufs Handy geguckt oder so. Ja, ja, genau, dann hat man so richtig auffällig so sein Handy rausgeholt und hat dann so irgendwie so gescrollt. Ja, ja, ja. Zufall, jetzt kann ich grad nicht gucken. Ja, ja, Wetter-App und so, ach, ich weiß gar nicht, was da vorne gerade abgeht. Das hat natürlich jeder, ich glaub, es war aber jedem so unangenehm. Aber ich weiß, ich weiß nicht, warum das so ist, aber zum Beispiel, als ich mit Julia Game of Thrones geguckt hab, das sind ja auch sehr viele Sex-Szenen. Ist das so? Ich hab noch nicht eine Folge geguckt. Ja, über viele. Und da ist ja diese blonde Königin, Daenerys, da könnte man ja sagen, die sieht gut aus, das sag ich natürlich nicht, und die hat sich da ja auch ab und zu überordentlich mal das Loch stoffen lassen voll auf der Kamera. Vor den ganzen Wikinger oder was das da ist oder was. Und das ist so, da hab ich mich irgendwie so gefragt, also auch gerade, wenn man dann irgendwie so kuschelt, du hast da auch so von deiner Freund so Touch und sowas, mir war das so richtig unangenehm, wenn man dann so merkt, okay, es könnte passieren, dass ich gleich den Vollständler krieg und ich hab das dann immer so, Wirklich? Ich hab mir dann immer so mit Gedanken wieder runtergedrückt. Ja, weil ich, Scheiße. Ist es dann moralisch verwerflich, wenn da so eine Fake-Szene ist mit so einer, mit so einer Geilen und dann kriegt man so einen Ständer, ist das verwerflich? Ich glaub nicht, ich weiß nicht, nö, finde ich nicht. Ich weiß nicht so, aber das war, ja, ey, keine Ahnung, Bro, das, 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 das finde ich immer, ich, ich weiß nicht, Mann, ich hab einfach, ich hab einfach so Pornos zusammengeguckt, so finde ich major weird irgendwie, das hab ich, hab ich nicht gefühlt, finde ich geil. Sag ich's, wie es ist. Aber fand ich auch, ich find's auch gut, einfach mal, einfach mal da drüber zu reden irgendwie. Klar, na klar. Hast du mal eine Socke rein und naniert? Ja. Echt? Ja. Warum, warum Socken, warum sind Socken so ein Ding? Weiß ich nicht, also in der, ich glaub in so einer Zeit, wo man so überlegt hat, was, wie kann man's noch geiler machen, als einfach nur wichsen, hat man's einfach Sachen ausprobiert. Weiß nicht. Hast du mal eine Travelmöse selber gebaut, aus der Pringlesdose? Na klar, mit zwei Schwämmen. Klassiker, so ein Ding, so ein Ding. Stark. Safe. Äh, ich hab ja auch mal eine richtige bestellt, aber die fand ich scheiße, hab ich einmal benutzt, da weggeworfen. Eigentlich hast du dir eine Taschenmöse bestellt? Ja, 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 ja. Kompletter Quatsch. Ja, weiß ich nicht, Tanzverbot hat dir so, so, so Taschenarsch. Bro, äh, ich, da gibt's auch kranke Sachen, Bro, da es gibt auch einen, kennst du den Autoblow 2, der hat mit Absicht die beste Werbung? Ja, 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 ja. Ist so ein geiles Ding. Der fucking Autoblow. Autoblow 2, aber auch geil, äh, Bro, aber geniales Geschäftsmodell, muss man einfach sagen. Bro, es ist einfach legit das, was man halt will. Man will ja nicht selber Hand anlegen, im besten Fall. Äh. Boah, ich hätte, glaube ich, Angst, ist der mir aus Versehen den Schwanz abreißt oder so. Ja, da gibt's mittlerweile auch ganz kranke Sachen auf dem Gebiet, da gibt's auch so Vakuum-Sachen und so, das ist ein Schweinekram. Aber nee, nee. Das ist ja, das macht schon wieder viel Nacharbeit, das Saubermachen. Es ist immer, die Verlockung ist geil. Boah, ja. Aber wann wie? Man hat auch am meisten Bock auf sowas, wenn man halt gerade geil ist. Wie macht man, wie macht man, das ist eigentlich so eine bodenlose Folge, holy shit. Wie macht man eine Taschenmuschi sauber? Ist da die Wichse in so einen kleinen Kammdumpster drin, jetzt mal abgesehen von deiner Mutter oder wie macht man den sauber? Ja, also meistens haben die an beiden Seiten, nein, die haben einfach an beiden Seiten Löchern, kannst du die so ausbringen und dann machst du, dann stülpst du die um und dann wäschst du die ab, aber ich hatte da gar keinen Bock drauf, ich hab die einmal benutzt und dann weggeworfen. Ich fand das eklig. Was wäre wohl damit, wenn du die aufbewahrt hättest? Wie würde das da wohl jetzt aussehen? Wäre das denn so flockig oder wie wäre das dann? Hätte man die sauber gemacht, wäre, glaube ich, gar nichts damit passiert. Nein, aber hättest du die nicht sauber gemacht, wäre das denn so steinharter Mörtel? eklig, das wäre einfach eklig, verkrustet, verkrampft, nee. Nee, nee. Nee, okay. Ich hatte letztens jemand angerufen, ich will den Namen jetzt nicht nennen, wir hatten letztens jemand angerufen, eine Person, die wir beide auch kennen, sehr, sehr gut auch kennen. Okay, männlich oder weiblich? Weiblich. Freund oder nicht Freund? Wie Freund oder nicht Freund? Ja, ist das so Freundeskreis oder? Ja, ja, auf jeden Fall. So, würde ich schon sagen, ja, klar, natürlich. Äh, und? Nimmt ihr viele Drogen? Nein, es ist nicht Mini Molly. Okay, aber wie kennen wir denn noch? Keine weiteren Fragen werden beantwortet, Mike. Aber schreibt im Discord, nur damit ich es weiß. Nein. Warum? Ich dachte, wir sind beste Freunde. Sind wir? Ich sag's, ich sag nicht, ich will nur wissen. Okay. Ah, okay, okay. Und, ähm. Ist keine Freundin von mir. Okay, erzähl weiter. Und dann, äh, hat sie so gefragt, ja, also irgendwie bla bla bla. So, wir hatten letztens hier, saßen hier mit Freunden zu Hause und da kam das Thema auf, äh, Wichsen und, äh, ob das irgendwie, wenn man, ne, da ging's auch um dieses, in der Beziehung Pornos gucken und so weiter. und das wurde dann aber weiter ausgeführt aufs Thema, hat man sich schon mal ein Gehobelt auf ne Person im Freundeskreis, die real existiert, mit der man was zu tun hat und kann man, und ist das dann weird, wenn man mit der Person befreundet ist? Das war so irgendwie, einer meinte so, ja, stell dir mal vor, man würde jetzt jemanden im Freundeskreis einfach irgendwie äußerst attraktiv finden oder jemanden attraktiv finden, der noch gar nicht im Freundeskreis ist, durch, halt, ne, was heutzutage ja alles geht, Instagram und so weiter. Also, es kann ja sein, dass jemand, den man irgendwie auf Instagram gesehen hat mal, auf einmal in einem Freundeskreis ist oder auf einmal in person neben dir steht. Wenn du quasi auf die irgendwie dir mal einen geschrubbt hast oder was weiß ich, oder als Frau, die auf den irgendwie mal einen geschrubbt hast, dann, dass das immer weird ist, wenn die Person dann im Real Life ist und da hab ich gesagt, das find ich gar nicht so. es ist einfach gar nicht so. ich würd's einfach totschweigen, wenn ich mir jetzt die Eier regelmäßig leer machen würde auf einen nahestehenden, auf eine nahestehende, befreundete Person, ich würd's einfach totschweigen. einen Genussverein verleibt auf eine Person, die du kennst, in privater Natur. Ja, safe. Damals so weiter für die Schule oder so safe. Ne, jetzt gerade. Nö. Okay. Lass mich überlegen kurz. Nö. Also auch Bekanntenkreis geht aus. Es reicht über, sagen wir mal, fünf Personen. Also, bevor wir, also ich weiß nicht, ob das zählt, aber bevor Julian nicht offiziell zusammen war, haben wir natürlich ja da oben ein paar Sachen ausgetauscht, da hab ich mich ordentlich mal drauf leer gemacht ab und zu. Ja, genau. Das würde zum Beispiel zählen. Ja, klar, klar. Aber da war ja schon, da war ja schon klar, aber in was für eine Richtung das geht. War das klar schon? Ja, das war, wir sind ja, also, wir hatten ja drei Monate, bevor, weil, ja, noch Studium und so, hatten wir so Fernbeziehungen, in Anführungsstrichen, bevor wir uns richtig getroffen haben. Aber es war ja vorne rein schon klar, wir verstehen uns und es ist alles geil. Zählt das dann schon? Weil das würde ja eigentlich nur zählen, wenn Julian nicht jetzt einfach normal befreundet gewesen wären, ohne so, okay, wir sind jetzt flirty unterwegs und wir wissen so, worauf es hinausläuft. Oder zählt es trotzdem? Ich zähle trotzdem, man kann halt nicht wissen, worauf es hinausläuft. Ich glaube, bis zu der Frage, ob du in der Friendzone bist, kann man es nicht wissen, worauf es hinausläuft. Ja, aber das war danach. Ah, dann vielleicht doch nicht. Das war schon danach, also da hatten wir schon so Kontakt, wollten uns treffen und so ein auf den. Also du hast das Ganze, die ganzen Jahre davor nicht auf Julia abgemolken? Nö. Okay. Ja, dann nicht. Nö, also nicht in unserem jetzigen Freund, sonst damals irgendwie, äh, in der Schule, da hat man da mal irgendwie, ich bin auch nicht die Eier gewrungen, aber, na klar. Aber jetzt nicht, ich weiß nicht so, ich habe einfach irgendeine Hardcore-Scheiße auf Pornhub angemacht und dann habe ich losgelegt, so da habe ich gar nicht mehr irgendwie ein Fantasiespielchen oder so eine Scheiße gemacht. Im Darknet und so eine Sache. Ja, ja, so den ganz, den grausamen Scheiß, aber. Ja, 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 safe. Ich gucke immer, aber ich gehe immer auf Extreme Gore Car Crash und da wichse ich mir immer den Spannung. Oh ja, das ist stark. Das ist stark. Das ist stark. Ähm, aber ich, also ich würde es auch nicht weird finden. Mal angenommen, wenn ich jetzt mit Julia nicht zusammen wäre zum Beispiel auf Henke oder so, ist ja nicht weird. Ja. Oder? Also, also ich, 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 ich würde es jetzt nicht erzählen dann, also so unironisch, ich würde es nicht erzählen, weil ich glaube, das macht es dann ein bisschen weird, wenn du so besoffen, wenn du so besoffen irgendwo bist oder voll, übrigens, ich habe mir letztens auf dich die Eier gemacht. Ich glaube, das ist super weird. Ja. Aber wenn man das einfach so ab und zu mal macht, so ey, warum nicht? Das hat ein pretty Fade, kann man ja mal machen. Und dann, und dann behält man das einfach für sich und schweigt das tot. Das ist ja, also da hat ja keiner was von. Mit dem, mit diesem, mit diesem schmutzigen Gedanken muss ich dann ja leben und das kann ich gut dann, glaube ich. Ja, das kann ich sehr gut, ja klar. Nee, safe, check, was du meinst. Ja, aber klar, wenn man, ich meine, wenn man dann auch in einem Freundeskreis jetzt so auf die Frage von der Dame zurückzukommt, wenn man da drauf eingeht, in dem Freundeskreis, dann ist das immer weird, das zu erzählen, weil man kann sich ja dann irgendwo in kleineren Kreisen abzählen dann, so, weißt du? Ich glaube, wenn man mit der Person dann irgendwann zusammenkommen sollte oder so und dann erzählt man das, dann ist vielleicht funny. Dann ist es funny, ja, dann ist es geil. Aber wenn man das so, wenn man das so casual droppt und dann weiß man so, okay, der findet mich so geil, dass der sich auf mich gehobelt hat und so, ich glaube, dann ist es weird. Das ist weird, so weird, ich glaube auch für die, für die Freundschaft dann, ich glaube, das ist kacke dann. Ja, Crazy, ja. Ja, nee, aber das ist, weiß ich nicht, ich bin auch, ach man, Bruder, auch so dieses, so Fantasiewichs und so, ich habe, ich mache mir einfach irgendwas an, irgendeinen räudigen Scheiß, dann bringe ich es hinter mich die Minute und dann ist gut. Ja. So, dann rauche ich eine und dann gucke ich Wrestling oder so, keine Ahnung. Bro, ich weiß noch einmal, habe ich, ich glaube mit 16, 17 oder so, da habe ich in meinen Augen den Jackpot geknackt, Bro. Jetzt kommt's. Es gab eine, die fand ich ultra geil aus der Schule damals. Oh nein. Die fand ich ultra geil, aber ich wusste auch gar nicht, wie die irgendwie auf Instagram heißt oder was weiß ich, ja. Und dann habe ich durch Zufall, auf Porn habe ich mal einen gefunden, der genau so aussieht. Boah, ich glaube, die Story hast du schon mal erzählt. Ja, und ich dachte, jetzt bin ich aber, jetzt geht's aber. Ja, da ging's rund im Kinderzimmer, scheiße. Ja, 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 ja. Das war kranker Scheißdreck. Das war kranker Scheißdreck. Bro, ich dachte legit, ich habe eine Formel gefunden, als ich das, ich dachte mir so, Bro. Vor allem, das waren da so richtige Quality Porn, weißt du? Also, so richtig 4K und sowas. Nee, einfach, es war nicht so, weißt du, die irgendwie so aussieht, man hat keinen Namen dazu. Ich habe den Namen gefunden und es gab Scheißkram, Sheetkram von der Person. Boah, gab es so richtig Schweinkram von der? Ja, ja. Scheiße, wie du die freust, geil. Das war krank, das war krank. Geil, geil. Bro, wir hatten das mal, wir hatten das, glaubst du nicht, wir hatten das in der Berufsschule. Was? Ich habe mir, wir hatten, Google mal, ich bin ja, ich bin ja so, ich bin ja so ein kleiner, so ein kleiner Milchfanat, ja, das ist irgendwie mein Scheiß, das ist mein Schweinkram, da stehe ich drauf. So, und wir hatten einen in der Berufsschule, die sah genauso aus und ich habe ab und zu mal, wenn ich da mal über der Startseite drüber gestolpert bin, habe ich mir, habe ich mir besorgt auf Xev Bellringer. Google die war. Xev Bellringer? Xev Bellringer. Sieht mittlerweile, glaub ich, scheiße aus, aber es gab da, es gab da ein paar geile Sachen. Ja, die kenne ich doch. Ja, ja, na klar. Und ich schwöre es dir, ich schwöre es dir, dass da hab ich ab und zu mal ordentlich hier so so Stiefmütterchen scheiß und sowas. Aber ihre komische, ihre komische Partnerin ist ultra krank. Die ist scheiße. Die ist gar nicht nice. Welche Partnerin? Prinzessin Leia heißt die. Kann ich nicht. Die ist es nicht. Wir haben nur gesehen, wie die sich das Feuer machen lassen. So, und wir hatten in der Berufsschule, das Schwein, wir hatten in der Berufsschule eine Lehrerin, die sah eins zu eins aus wie die. Ich konnte es nicht fassen. Alter, wirklich? Wir hatten dieser, ich schwöre es dir, ich dachte, ich wäre dumm, ich habe geguckt, ob Xev Bellringer deutsch ist, ob die jetzt so Berufsschullehrerin geworden ist oder so. Bro, wir hatten eine Lehrerin, die sah eins zu eins so aus. Ich konnte es nicht fassen. Ich saß da im Unterricht, konnte er nicht in die Augen gucken, weil ich weiß, was ich gedanklich schon für schlimme Sachen gemacht habe. Bro, ich konnte er legit nicht in die Augen gucken. Das war so krass. Krank. Und dann saßen wir, dann kam irgendwann, da kam irgendwann Rohnski und sowas. Und dann habe ich so, da hatten wir Online-Unterricht und da hatten wir die dann auch. Und dann habe ich sie halt durch den Bildschirm gesehen. Ich sagte, ja, das ist halt Xev Bellringer. Und dann habe ich so nebenbei, dann habe ich mich gemutet. Ich habe nicht gewichst, aber ich habe mir das Bild von der Groß gemacht und habe das Bild von Xev Bellringer auf dem zweiten Bildschirm daneben gemacht. Okay, ich habe es gewichst auf die im Unterricht. Nein, habe ich nicht. Aber auf Xev Bellringer dann nochmal. Du Schmeigram. Bro, Xev Bellringer, also die hat dir ordentlich mal die Bells geringt. Die hat dir ordentlich mal die Glocken geläutet. Die hat ordentlich deine Glocken geläutet. Ja, du Mann hat sich ja ausprobiert. Was soll ich dir sagen? Kennst du Mina Wolf? Nee. Gib mal ein. M-E-A-N-A-Wolf. Okay, warte, warte, wie heißt die? Mena? Ja. Mena Wolf. Das ist eine Produktmanagerin. Nein, nein, du musst auf Bilder gehen. Wie schreibt man die? Me-A-N-A. Me, ach so, Me-A-N-A. Ja, ja. Official side, full POV. Oh shit. Full POV. Ach, du Schein, ach, du Schweigkram. Ja, das ist Schweigkram. Meine Herren. Mein Gott. So richtig kranken Story-Scheiß und so. Aber ich glaube, das wäre nicht mein Ding. Die wurde mal gecancelt. Die wurde mal gecancelt. Warum? Oh Gott, ich muss das zumachen. Warum? Die wurde in der Szene mal gecancelt. In der Pornholt-Actress-Szene. Ja, 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 weil die, die hat mal so, die macht so, so Fetisch-Sachen, also so, die probiert so viele wie möglich abzudecken. Also nicht so Fetisch im Sinne von Fetisch-Fetisch, sondern halt so, äh, also du findest alles. Du findest da absurden Scheiß, wie die, die macht dich in der Maschine kleiner, dass du so, du bist dann so ein fingergroßer Mensch und so, zu, die ist ein Vampir, zu die, 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 die ist eine Krankenschwester, was weiß ich. Die hat auch einmal sowas gemacht, wo die dich einfach umbringt, während die es mit dir macht. Die tötet dich einfach. Die hat ein Messer und sticht in dich rein und so einen Scheiß. Und dafür wurde die gecancelt? Ja, das war so nicht krank gesehen, äh, nicht gut gesehen, ja. Scheiße, Mann. Darauf hast du dir das Kinderding leer gemacht? Doch, manche Dinger sind von dir echt gute, gute Classics, ja. muss man mal vielleicht, ich will mich auch weiterbilden, muss man vielleicht mal, ne? Die hat auch viele Milfsachen für dich parat. Nächste, krass. Ist das bodenlos. Scheiße. ja, Scheiße. Wie gibt's noch? Seth Baringer kannte ich natürlich. Aber dass du die kennst, ist krass. Also legit, nein, das ist ein Star. Nein. Seth Baringer ist ein Star. Wirklich? Safe. Bro, die hat sich halt schwanger machen lassen, ne? Also die, die hat halt schwanger noch Porns gemacht, ja. Ach du Scheiße, ey, okay, das ist krank. Aber dass du die kennst, das wäre so ein bisschen Nische, Bruder. Nein, das wäre so ein bisschen, okay, okay. Nein, 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 nein. Aber sonst, sonst habe ich da jetzt auch keine, also legit. Warte, pass auf, ich schicke jetzt eine Seite, die von meinen geheimen Seiten, okay? Okay. Geh kurz rauf. Nein, ich gehe da jetzt nicht rauf. Wach, Mike, du machst. Ich gehe da mit meinem PC jetzt nicht rauf. Wenn wir Freunde sind, machst du. Okay, ich mache Icognito-Tab. Pass auf. Ey, ich habe Angst, dass in meiner Brille sich das spiegelt für das YouTube-Video. Dann setzt sich die Brille kurz ab. Ja, ich muss echt Brille kurz abnehmen. Und das Ding ist, warum ich das nicht sagen kann, ist diese, diese Seite, ich bin, ach du Scheiße, ich bin drauf. Es ist nicht random, heißt das erste Video, was bei dir angezeigt wird, wird auch bei mir angezeigt. Und ich fände es ein bisschen weird, wenn Leute dann das Video, also weißt du? Ach du Scheiße. Siehst du was, was ist das erste Links, was du da siehst? Was siehst du da? Ganz oben links meinst du? Ja. Mit A fängt es an. Ja. Und mit rechts hat es auf. Ja, und was rechts daneben? Mit S. Mit S. Oh mein Gott, meine Alexa. Alexa, stopp! Holy shit, habe ich mich erschrocken. Ich muss das zumachen. Ich mache das zu. Ja. Meine Fresse. Ich habe mich gerade ertappt gefühlt, als Alexa angegangen ist. Ja, ja. Ertappt. Ja, auf so einem Scheiß bist du unterwegs. Ja, 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 ja. Aber okay, das ist aber wirklich, das heißt theoretisch, wenn ich jetzt auf dieser Seite unterwegs wäre, ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir uns gerade parallel auf denselben Scheiß leer machen. Weil bei dieser Seite, witzigerweise, ähm, also bei dieser, bei der zweiten Person, die ich dir genannt habe, weißt du? Mit dieser Miana, Mina, Wolf? Ja. Da findest du halt, auf dieser Seite findest du so Anliste Scheiß von der, was sie da einfach hochlädt. Ach du meine Scheiße. Und auch, und auch von dieser Seth Bellringer, deswegen kannte ich die. Da gibt's Sachen, die du noch nicht gesehen hast, Mike. Soll kein Ansporn, soll kein Ansporn sein. Nein, ich halte mich von so weit entfernen, du. Soll kein Ansporn sein, aber auf dieser Seite gibt's Sachen von, hab ne bezauberte Freundin, ich brauch dat nicht mehr. Von dieser Seth Bellringer, die du noch nicht gesehen hast, Mike. Das raus, deine Augen nicht. Dann werd ich mir nicht angucken. Gut. Dann mach ich nicht. Viel Spaß dabei. Mach ich, ich meinst du nicht machen. Ja, viel Spaß beim nicht machen, Mike. Danke. Ich will sehen, Friends with Benefits, seh ich hier von Seth. Der, das du die kennst, ist sick. Geil. Geil, geil, geil. Ja, einfach nice. Wie nennen wir die Folge? Irgendwas mit Melken, wär witzig. Ja, gucken wir dann, keine Ahnung. Die ab, die Melken, die Melken. Bro, ich hatte letztens beim Busfahren, um's vielleicht abzuschließen, eine, so ein Shower-Thought. Oh, beim Busfahren, okay. Ich hab mir über banale, hab ich grad Busfahren gesagt? Ja. Beim Autofahren meinte ich. Hab ich Busfahren? Du hast grad gesagt beim Busfahren. Ich meinte Autofahren. Holy shit, okay. What the fuck? Wohl doch nicht so reich. Der Loser fährt Bus. Nein, ich fahr keinen Bus. Ich bin in Köln noch nicht einmal Bus gefahren. Ja, also Busfahren ist auch wirklich scheiße. Ich bin Bus nur bis jetzt gefahren, als ich meine Freundin besucht hab. Ich bin in Kiel ein einziges Mal Bus gefahren. Ich fand, Busfahren ist so scheiße, da geh ich lieber zu Fuß, ohne Spaß. Ja. Ist kacke einfach. Oder Cityroller. Nee, es war beim Autofahren. Da hab ich mir überlegt, da hab ich so Wörter überdacht. Und ein Wort, beleidigen, ne? Mhm. Es ist einfach so ein mir nichts, dir nichts Wort. Beleidigen. Das Wort heißt Beleidigung. Und auch Beleidigung. Aber wenn du das Wort überdenkst, dann heißt es, also zum Beispiel ich, ich beleidige dich. Verstehst du? Ja. Also vergleich's mal mit dem Wort belasten. Ich mach dir ne, ich drück dir ne Last auf. Weil beleidigen ist, weil beleidigen ist, ich füge dir Leid zu. Beleidigen. Weißt du? Ich belei- also leidigen. Leidigen. Ich beleidige dich. Okay, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber ja. Ich find einfach dieses Wort so krank. Beleidigen. Also dieses- Ah, oh mein Gott. Checkst du's jetzt? Ja. Ja, okay, ich checke. Ich belaste dich nicht, ich beleidige dich. Also ich füge dir Leid zu. Bruder, du hast gerade meinen Kopf gefickt. Ja, ne? Man muss da mehrmals drüber nachdenken. Beleidigen. Ich lege ein Leid über dich, so beleidigen. Oh mein Gott. Holy shit. Ich hab gar nicht gerafft. Ich dachte, du bist komplett dumm und hast gerade einen Schlaganfall. Und dann dachte ich mir das auch bei dem Wort, bei so, bei den ganzen, ich hab glaube ich's hab ich schon mal erzählt, so Kacke und Scheiße. Wenn du, wenn du zum Beispiel, wenn deine Nase läuft, dann ist es ja Rotze. Ja. Warum heißt es nicht Schnupfe? Weil das, verstehst du, du siehst dann diese Wörter ganz anders. Dieses Wort Scheiße, quasi dieses Produkt, was dabei rauskommt. Scheiß ist die Scheiße. Checkst du die? Scheiße. Also die Scheiße. Die Scheiße. Das Produkt, das Ergebnis, die Scheiße. Und du sagst es ja nicht, die Rotze oder, oder die, die, weißt du, du sagst ja nicht, die, die Schnupfe. Du sagst ja die Rotze, ist ein ganz anderes Wort. Ja, true. Die, du sagst ja nicht die Schnupfe. Ich muss scheißen und rauskommt die Scheiße. Ja. Verstehst du, die Scheiße, das Geschissene, das Geschissene quasi. Die Pisse. Genau. Das Erpisste. Die Pisse. Aber die Scheiße ist viel witziger, die Scheiße. Also die Scheiße einfach. Ja, Deutsch ist eine wilde Sprache. Aber das mit dem Beleidigen, das ist stark. Da habe ich noch nie so Beleidigen. Gibt es da noch mehr Wörter? Fällt dir auch irgendwas ein? Ich glaube, das fällt einem nicht spontan, es fällt einem nicht ein, da muss man irgendwie drauf kommen. Aber wenn man über Wörter nachdenkt, beleidigen, das ist eine Beleidigung, das ist eine. Bruder, wie bist du darauf gekommen? Holy shit, hä? Weiß ich, ich weiß es auch nicht mehr. Ich dachte mir einfach so, Digga, beleid, da ist ja das Wort Leid drin. Wichse. Ja genau, die Wichse. Die Wichse aus meinem Schwanz, aus meinem Eierschwanz. Die Wichse. Das Gewichste quasi. Ganz, ganz merkwürdig, Alter. Beleidigen. Ja. Holy shit. Schweinkram. Ja, es war eine Folge zum Melken, Felix. Klar. Es war eine, das hat mir auch ein bisschen die Augen geöffnet. Ich finde, alle Jubiljahre muss man auch mal über solche obszönen Themen reden, weil das gehört ja auch irgendwo zur Gesellschaft dazu. Das tut auch richtig gut, merke ich gerade. Vielleicht müssen wir doch mal eine Content-Offensive widmen drüber. Ich glaube, wir haben schon so oft über Wichsen geredet. Das ist egal, das kommt am besten an. Hast du recht? Actually, ja, actually. Müssen wir echt mal, sobald du hier wohnst, geht es eh Rambazamba rund hier. dann wird nur noch gewichst. Ja, jetzt ist erstmal Sparflamme, bis Mike hier wohnt, auch mit Content-Offensive. Ich denke, wir werden davor jetzt nicht großartig noch was machen. Ist ja auch jetzt nicht lange hin mehr. Ja, 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 safe. Und dann geht es richtig los. Ja. Ja, willst du doch irgendwen grüßen, oder sonst reicht es mir jetzt auch langsam irgendwie. Nö, grüßen muss ich jetzt hier niemanden. Ich würde sagen, wir machen die Stunde voll, die 15 Sekunden halten wir noch aus. Ja. Ja, genau. Ja, folgt uns unbedingt auf Instagram, zwei Vermengte und auch einzeln Zabex, Philo127. Fest. YouTube.com slash Philo, YouTube.com slash Zabex, Twitch.tv slash Philo, YouTube.com slash Zabex. Genau. Es war eine wunderbare Folge, schreibt uns gerne auf Instagram, wie ihr euch am liebsten die Eierler wichst und bis zur nächsten Woche. Ich küsse eure Herzen, bald ist Story Kölner und dann drehen wir richtig frei. Richtig geil. Dann wichsen wir uns gegenseitig die Schwänze. In dem Sinne. Bitte. Tschüssi. Ciao.